Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich euch zeigen werde, wo denn diese Lupe auf diesem Ladebildschirm genau hin zeigt und wo sich dieser Ort befindet. Wir springen auch direkt jetzt mal rein. Sichtlich an den Stadion, an den Bäumen, auf dem Ladebildschirm kann das nur dieser Ort hier sein. Wahrscheinlich wird dann hier ein Battle-Stern in der Mitte erscheinen, hier in dem Ding, was auch schon ein bisschen ausgegraut ist oder wie auch immer. Hier auf der Karte nochmal zu sehen, direkt hier neben Polar Peak halt an der Stelle. Falls euch das Video geholfen hat, was ich natürlich sehr hoffe, abonniert gerne den Kanal, like, Kommentare sind auch immer natürlich gerne gesehen. So, hier müsste jetzt noch irgendwo ein Video verlinkt sein, dass euch dann zum Woche-3-Bälle-Stern führt, wenn ihr halt alle Mission fertig habt. Den Ort habe ich gerade gefunden, kommt auch direkt zur gleichen Zeit wahrscheinlich das Video. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und tschüss, danke schön fürs Dasein.